Wir haben fünf Nudelmaschinen getestet und in diesem Video zeigen wir Ihnen die Maschinen, von denen wir glauben, dass sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Und wenn Sie sich für bestimmte Modelle interessieren, sollten Sie wissen, dass wir deren Links am Ende dieses Videos aufgeführt haben. Top 4 Riviera & Bar PMP500 Dieser Vollautomat hat vier Programme. Klassisch, glutenfrei, mit Ei und Ravioli. Zusätzlich kann man die Schritte manuell wählen. Kneten, extrahieren und trocknen. Und die Mengen nach drei Dosierungen. 200, 400 oder 600 Gramm Mehl. Während unserer Tests fanden wir den Zusammenbau recht einfach. Allerdings gelang es uns nicht, die Mutter wieder ganz aufzuschrauben. Dadurch ist der Teig auch beim Herausziehen an dieser Stelle ein wenig herausgetreten. Wenn Sie Nudeln mit Ei herstellen möchten, sollten Sie überprüfen, ob das Mehl die gesamte Länge der Auszugsschraube ausfüllt. Ist dies nicht der Fall, schlüpft das Ei durch jedes noch so kleine Loch hinein. Dann muss man Wasser nachfüllen, um den Verlust auszugleichen. Und der Teig ist feuchter, wenn er herauskommt. Ja, das ist aus eigener Erfahrung. Was das Wasser betrifft, so wird es in den speziellen kleinen Behälter gegossen, der dann über den Deckel gestellt wird. Danach beginnt das Wasser direkt in den Behälter zu fließen. Der Knetvorgang verlief reibungslos und war mit nur 62 Dezibel relativ leise. Hingegen fanden wir, dass die Extraktion besser und weniger laut hätte sein können. Dieser Schritt war ziemlich langwierig und die letzten Teigstücke drehten sich ewig in der Schüssel, ohne von der Schnecke erfasst zu werden. Auch in der Form war noch viel Teig übrig. Beachten Sie, dass es insgesamt acht Formen gibt, mit denen Sie Capellini, klassische Spaghetti, dicke Spaghetti, Linguine, Tagliatelle, Rigatoni, Lasagne und Ravioli herstellen können. Glücklicherweise sind alle Zubehörteile spülmaschinenfest und die Bürste hat uns bei der manuellen Reinigung wirklich geholfen. Kurz gesagt, diese Maschine ist relativ effizient und bietet die Möglichkeit, acht verschiedene Arten von Nudeln herzustellen. Sie ist einfacher zu bedienen und zu reinigen als andere Modelle. Wir bemängeln lediglich die hohe Geräuschentwicklung, die lange Zubereitungszeit und die mangelnde Praktikabilität bei der Herstellung von Eiernudeln. Top 3 Markato Atlas 150 Während unserer Tests fanden wir, dass diese Nudelmaschine sehr einfach zu montieren ist. Sie erfordert lediglich, die Rollen in die dafür vorgesehenen Laschen zu schieben, die Kurbel anzusetzen und die Schraubzwinge zu befestigen. Wir mussten ein wenig Kraft aufwenden, um die Kurbel in eines der drei Löcher zu drücken, aber das war nicht störend. Dafür hat die Schraubzwinge kein Gummi, was die Unterseite der Möbel beschädigen kann, wenn man sie zu fest anzieht. Bei der Benutzung empfanden wir die Handhabung der Kurbel als sehr einfach und die Maschine blieb gut an ihrem Platz. Nö! Allerdings hatten wir Schwierigkeiten, den Abstand der Verfeinerungswalzen zu ändern. Das System mit neuen Stufen ist in dieser Hinsicht unserer Meinung nach nicht praktisch. Um zu verhindern, dass der Teig bei der Ausgabe verklumpt, empfehlen wir, den verfeinerten Teig gut zu bemehlen, bevor er zwischen den Schneidwalzen hindurchgeführt wird. Was die Pflege angeht, so kann man lediglich ein weiches Tuch, trocken oder feucht, oder einen Pinsel verwenden, die Maschine aber nicht unter Wasser halten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Nudelmaschine einen einfachen Zusammenbau hat und funktional ist, aber in Bezug auf ihre Ergonomie und das Schneiden verbesserungswürdig ist. Top 2 Imperia 100 Diese manuelle Nudelmaschine hat drei verschiedene Doppelwalzen, mit denen man Lasagne, Fettuccine und Tagliolinis herstellen kann. Die erste Doppelwalze dient dazu, den Teig auf acht Ebenen zu verfeinern, bevor man ihn nach Lust und Laune schneidet, oder ihn so belässt, wie er ist, um Lasagne zuzubereiten. Während unserer Tests fanden wir, dass die Einstellung der Feinheit viel einfacher war, als bei den beiden anderen Modellen desselben Typs, die wir getestet haben. Übrigens haben wir die gesamte Maschine recht einfach zusammengebaut. Wir schoben das zweite Teil in die dafür vorgesehenen Laschen, setzten die Kurbel ein, legten die Schraubzwinge an und schon war es fertig. Zu Ihrer Information, die Schraubzwinge enthält kein Gummi, um die Unterseite Ihres Tisches oder Ihrer Arbeitsplatte zu schützen. Vermeiden Sie es also, die Schraubzwinge zu fest anzuziehen, um Ihre Möbel nicht zu beschädigen. Vor dem ersten Gebrauch empfiehlt die Marke, zwischen jeder Doppelrolle mehrmals ein Stück Teig durchlaufen zu lassen, um eventuell vorhandene Fabrikrückstände zu entfernen. Natürlich muss man das Stück Paste danach wegwerfen. Unserer Meinung nach ist dies ein guter Ratschlag, den Sie befolgen sollten, da die Pflege der Maschine nur mit einem Pinsel oder einem trockenen, weichen Tuch erfolgen kann. Es ist also nicht möglich, die einzelnen Teile mit Seife zu reinigen oder gar abzuspülen. Letztendlich verlief die Herstellung der Nudeln während unserer Tests reibungslos. Wir stellten einen sauberen Schnitt fest, sowohl bei Tagliolinis als auch bei Fettuccine. Es gelang uns, die Kurbel leicht zu drehen, ohne dass sie klemmte. Wir fanden es gut, dass es einen Teighalter gibt, mit dem wir den Teig vorab loslassen und ihn direkt nachträglich aufnehmen konnten. Allerdings fanden wir, dass man die Schraubzwinge stark anziehen musste, wenn man wollte, dass die Maschine bei der Benutzung absolut ruhig steht. Glücklicherweise sind rutschfeste Füße vorhanden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses manuelle Modell einfach und effizient ist und sich an Personen richtet, die ab und zu Nudeln herstellen möchten. Top 1, Philips Series 7000. Bei unseren Tests haben wir die Effizienz dieser Maschine geschätzt. Nachdem man das Programm ausgewählt hat, kann man das Mehl in das Mischfach geben. Das Mehl wird dort direkt gewogen und je nach Programm zeigt die Maschine an, wie viel Flüssigkeit hinzugefügt werden muss. Für unsere Tests haben wir Nudeln aus Weizenmehl mit einem Ei zubereitet. In diesem Fall muss man zuerst das Ei in den vorgesehenen Messbecher geben und mit Wasser auffüllen. Das Ganze muss gut verrührt werden, bevor man es in die Maschine gibt, damit das Eigelb nicht in der Öffnung des Deckels zurückbleibt. Nachdem das Programm gestartet war, ging die Zubereitung sehr schnell und dauerte weniger als fünf Minuten. Der Teig wurde während dieses Vorgangs gut vermischt. Wir weisen auch darauf hin, dass das Kneten nur 49 Dezibel erzeugte, was sehr wenig Lärm ist. Als der Teig fertig war, schaltete sich die Extraktion automatisch ein. Es gibt acht verschiedene Scheiben bei diesem Modell. Mit ihnen lassen sich Spaghetti, Fettuccine, Penne, Lasagne, Spaghettoni, Capellinis, Tagliatelle und Pappadelle zubereiten. Für unsere Tests haben wir den Tagliatelle-Aufsatz gewählt. Bei der Entnahme aus dem Gerät fanden wir, dass die Nudeln etwas zu dick waren, um als Tagliatelle bezeichnet zu werden, und dass der Randschnitt etwas schärfer hätte sein können. Die Extraktion ging dennoch schnell. Und es blieb nur ein wenig Teig in der Maschine hängen. Dieser Schritt war auch nicht sehr laut, da er nur 52 Dezibel erzeugte. Obwohl wir das Ganze als recht praktisch empfanden, möchten wir dennoch darauf hinweisen, dass es wichtig ist, die Anleitung vor dem ersten Gebrauch vollständig zu lesen. Beachten Sie auch, dass es möglich ist, die Maschine mit dem vollen Programm, Kneten und Extraktion, oder nur mit der Extraktion zu verwenden. Das Zerlegen und Zusammensetzen der Maschine ist nicht kompliziert, nur etwas zeitaufwendig. Glücklicherweise können alle abnehmbaren Teile bei maximal 60 Grad in die Spülmaschine gestellt werden. Dies erleichtert die Wartung erheblich, da sie von Hand recht mühsam ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Nudelmaschine automatisch arbeitet und effizient ist. Sie kann dank ihrer verschiedenen Scheiben acht verschiedene Nudelsorten herstellen und bleibt dabei unauffällig. Damit ist unsere Auswahl der besten Nudelmaschinen abgeschlossen. Wenn Sie an bestimmten Modellen interessiert sind, finden Sie deren Links mit den besten Preisen direkt unter diesem Video. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Tests weitergeholfen haben. Wenn Ihnen diese Art von Videos gefällt, dann abonnieren Sie doch unseren Kanal.